Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem Ersatz für Robert Lewandowski, sei es jetzt für diese Saison oder erst für die nächste Saison, auf Jonathan David gestoßen. Doch wer genau ist er eigentlich, was sind seine Stärken und Schwächen und hat er überhaupt das Niveau für den FC Bayern München? Jonathan David ist logischerweise Mittelstürmer, er ist Kanadier und spielt dementsprechend auch für die kanadische Nationalmannschaft. Aktuell ist er 22 Jahre alt und kann eine Größe von 1,80 Meter aufweisen. Dabei hat er einen Marktwert von aktuell 45 Millionen und die Ablöse, die aktuell im Raum steht, soll so bei einer Höhe von bis zu 50 Millionen Euro liegen. Wenn wir uns kurz noch einmal seinen Werdegang anschauen, dann sehen wir, er ist aus Kanada nach Belgien gewechselt in die Jugend von Gent. Als er dann in die Profimannschaft kam, hat er eigentlich ziemlich schnell die belgische Liga zerschossen, viele Tore gemacht und somit auf sich aufmerksam gemacht, woraufhin ihn dann Lille für 27 Millionen verpflichtet hat. Und da hat man gesehen, er hatte keine großen Anpassungsschwierigkeiten von der belgischen an die französische Liga und hat auch dort eigentlich ziemlich schnell performt. Und auch mit Lille hatte er dann keine Anpassungsschwierigkeiten von der französischen Liga an die Champions League, trotz dessen, dass die Mannschaft in der Saison eher schwach performt hat. Und auch mit Gang konnte er damals schon Europa League spielen und hat damals dann auch gezeigt, dass er auch ein Big Game Player ist und hat unter anderem Tore gegen AC Mailand und AS Rom geschossen. Also hat er insgesamt trotz seines jungen Alters schon drei europäische Saisons als Stammspieler vollbracht und konnte auch schon Champions League Luft schnuppern letzte Saison. Interessant ist auch der Fakt, dass sein Berater vor dem Wechsel nach Frankreich gesagt hatte, dass langfristig die Bundesliga Priorität hätte in seiner Karriereplanung. Das heißt, zu einem Wechsel in die Bundesliga wäre er absolut nicht abgeneigt. David konnte in seiner ersten Saison bei Lille in 48 Spielen 13 Tore erzielen und 5 vorbereiten. In der jetzigen vergangenen Saison konnte er in ebenfalls 48 Spielen 19 Tore erzielen und keine Vorlage beisteuern. Da fragt man sich dann auf jeden Fall erstmal, warum hat er jetzt diese Saison keine Vorlage mehr gegeben. Und wir schauen uns dazu jetzt auch mal seine FB-Ref-Statistiken an. Und ja, auch das sieht auf den ersten Blick jetzt im Vergleich zu den anderen Spielern in den Top 5 Ligen nicht wirklich gut aus. Und wir sehen hier seinen Expected Assists Wert, also XR könnt ihr hier sehen, liegt bei 0,1 pro 90 Minuten. Also pro 90 Minuten macht er 0,1 Vorlagen, wie es zu erwarten wäre. Also das berechnet, wie gut seine Vorlage für den Mitspieler ist. Aber wir können sehen, seine Mitspieler haben daraus 0 Tore gemacht, was jetzt halt eigentlich nicht an ihm liegt. Und auch von den Toren ist es jetzt hier nicht das Überragende, was wir hier sehen. Aber er ist auf jeden Fall ein richtig guter Finisher mit einem guten Abschluss, sobald er die Chance dazu bekommt. Wir sehen hier auch, dass er extrem wenige Schüsse hat. Dafür ist er dann, was die Prozentrate angeht, wie viele seiner Schüsse aufs Tor gehen, immer sehr gut gewesen bei Lille. Und er war sogar noch besser darin, was Tore pro Schüsse betrifft. Er nimmt also wenige Schüsse, aber dafür nur gute Schüsse, die auch meist im gegnerischen 16er genommen werden von ihm. Wie wir es eben hier an all seinen Schüssen sehen, die er bei Lille getätigt hat. Und dabei hat er seinen Expected Goals Wert stets überperformt. Kommen wir nun also zu seinen Stärken und Schwächen. Und er ist eben, wie erwähnt, ein guter Abschlussspieler, extrem eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Und lässt er auch des öfteren Mal einen Gegner stehen, bevor er den Abschluss nimmt, um dann eben in eine bessere Abschlussposition zu kommen. Bei seinen Toren vor allem fällt extrem auf, dass er eine richtig gute Positionierung hat. Er steht einfach echt oft einfach da, wo er stehen muss als Stürmer und kann dann den Ball einschieben. Dabei kommt ihm dann auch vor allem zugute, dass er beidfüßig ist, was auf jeden Fall weiterhilft, weil es ihn echt unberechenbar für den Gegner macht. David ist des Weiteren eben nicht verletzungsanfällig. Er spielt eigentlich immer und ist selten verletzt, eigentlich genauso wie Lewandowski bei Bayern. Ihm kommt auch zugute, dass er ein sicherer Elfmeterschütze ist. Und inwiefern er jetzt bei Bayern schießen dürfte, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Physisch kann David auf jeden Fall punkten und kann die Bälle flach dann auch gut mit seinem Körper und dem Rücken zum Tor festmachen und eben auch weiterleiten. Was dann halt auch eben eine seiner Stärken ist, nämlich das Passspiel. Er kann auch mal Kopfballtore machen mit seiner Größe von 1,80, aber er ist eben keiner, der bei Bällen hinten heraus Kopfballduelle für sich entscheidet und jetzt den Ball irgendwie weiterleiten kann. Da zieht er meistens den Kürzeren. Er ist jetzt zwar auch nicht der allerschnellste Spieler, aber ich würde sagen für einen Stürmer doch recht schnell und nach meinem Gefühl ist er auch einen Tick schneller als Lewandowski. Insgesamt ist er auf jeden Fall ein extrem kompletter Stürmer. Er kann eigentlich recht viel, hat nur wenige Schwächen. Vor allem seine Beidfüßigkeit kommt ihm halt eben zunutze. Außerdem ist er jung, hat noch viel Potenzial nach oben. Und was auch für einen Bayern-Transfer sprechen würde, ist, dass eben Alphonso Davies schon bei Bayern ist und dass so eine kleine Kanada-Connection da wäre. Ich meine, die beiden sind mit großem Abstand die zwei großen Stars ihrer Nationalmannschaft. Dem Ganzen entgegensetzend könnte man noch sagen, dass er unkonstante, schwankende Leistungen zeigt von Spiel zu Spiel. Aber im Endeffekt hat er halt diese Saison erneut performt, hat gute Scorer-Zahl bzw. nur Tore. Aber das ist ja auch immerhin was, vor allem wenn man es halt in Relation setzt mit der schwachen Saison von Lille an sich, wo er einer der wenigen war, die meist ihre Tore gemacht haben und Leistung gezeigt haben. Wenn wir das Ganze jetzt mal mit Lewandowski vergleichen, weil ich meine, im Endeffekt muss er ihn mehr oder weniger ersetzen. Und da fällt dann auf jeden Fall auf, dass David ähnlich spielstark ist wie Lewandowski, wenn nicht sogar einen Tick besser. Im Pressing ist er auf jeden Fall sehr gut im Gegensatz zu Lewandowski, was Nagelsmann auf jeden Fall sehr gut ins System passen würde. David ist halt in der Luft schwach im Vergleich zu Lewandowski, der jetzt auch nicht überragend ist, aber er kann schon mehr, auch weil er eben halt größer ist. David hat im Vergleich weniger Kontakte im gegnerischen 16er und auch weniger progressive Pässe erhalten, also Pässe so hinter die Kette über eine weite Distanz. Und er hat eben auch nicht den Offensiv-Output, den eben ein Lewandowski hat, was halt die Tore und Vorlagen angeht. Aber mit den richtigen Mitspielern wie bei Bayern traue ich David auf jeden Fall bessere Zahlen zu, da er die Ansätze auf jeden Fall hat, extrem eiskalt vor dem Tor ist und auch spielerisch besser ist, wie es die reinen Zahlen so darstellen. Und wenn er so 20 bis 25 Tore macht und mit den guten Mitspielern dann eben auch ein paar Assists bekommt, dann wäre es für die erste Saison finde ich eigentlich schon ganz gut. Und mit seinem Potenzial nach oben ist es dann ja auch noch vielversprechend für die Zukunft, dass er sich auf jeden Fall weiterentwickelt und dann noch verbessert und mehr Tore und Vorlagen liefert. Schlussendlich würde ich dann sagen, wenn man aus dem Ganzen ohne Verlust rausgeht, also ich meine wenn man jetzt für Lewandowski so um die 50 Millionen bekommt, für David so 50 zahlt, dann ist es zwar von der Ablöse etwa gleich, aber David wird viel weniger verdienen im Vergleich zu Lewandowski, dann würde man auf jeden Fall mit Profit rausgehen. Wenn man das so hinkriegt, dann fände ich das auf jeden Fall so mit die beste Lösung, die es gibt, da er eben Lewandowski so ähnlich ist und eben gut reinpasst, was ich jetzt bei wenigen anderen Stürmern genauso sehe. Also für den Preis fände ich David eigentlich die beste Lösung, auch wenn er zunächst einmal auf jeden Fall einen Rückschritt darstellt, aber einen Lewandowski zu ersetzen ist halt eben extrem schwierig und ja eigentlich unmöglich, wenn man nicht gerade einen Benzema holt. Das war also die Vorstellung von Jonathan David. Was haltet ihr von ihm? Würdet ihr einen Transfer befürworten oder hättet ihr einen anderen Stürmer gerne, den ihr bei Bayern sehen würdet? Lasst es mich gerne alles in den Kommentaren wissen und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, haut rein und ciao!